Ich freue mich, dass die Kostenübernahme des Bundes dazu führt, dass wir jetzt Weltmeistertitel beim Testen kriegen können. Der Bund übernimmt, wie wir es vorgeschlagen haben. Ja, es war eine Woche später, als ich vorgeschlagen habe. Okay, nächstes Mal sage ich Anfang März. Aber seit der Bund die Kosten übernommen hat und übernimmt für den Bürgertest, ist eine Infrastruktur in Deutschland entstanden mit über 15.000 Teststellen. Wir werden im Mai, einige Länder haben schon damit begonnen, die Priorisierungsgruppe 3 und damit die letzte, bevor wir für alle öffnen können, dann im Juni die Priorisierung werden aufheben können.